Hey Leute, willkommen zu einer Runde S.G. mit Antonia. Hi. Oh Gott, das ist so ungewohnt. Wir machen diese Maustaster-Tour. Ja, du musst auch schon fallen, Lara. Alter. Maustaster-Tour-Challenge. Kannst du den Wasser fallen? Lass du den Wasser fallen. Ich kenne keine Route, du. Du musst auch sneaken jetzt und so. Also nicht, dass wir runterfallen, meine ich. Hä, das ist eigentlich voll easy. Hä, das geht auch voll. Stoppie. Ey, das geht voll. Ich dachte, das wird noch schwerer. Aber wir haben ja nur scheiß Sachen. Warum eins? Ja, okay. Eins. Drück eins. Hä? Warum? Drück eins, damit ich das Schild ansache. Ach, anstatt zu scrollen, ne? Ja, okay. Da hab ich dran gedacht. Ah, da sind doch schon die ersten Gegner. Oh Gott. Lass mal weggehen. Nein! Haben wir den Kill? Ja, ich glaube, oder? Die Team, Sarah! Ja, mein Kill. Also ich. Also wir. Danke. Ja, guck. Also für die erste Runde ging das voll. Alles klar. Ja, lass erst in die Mitte und dann zurückgehen. Ja, lass in die Mitte zurück. Ja, lass in die Mitte zurück. Pass auf! Nein! Ja! Shift! Oh Gott! Sarah, Shift! Oh mein Gott, geil. Alter! Oh mein Gott, lass zu unserer Hitze zurück. Schnell! Das hatten wir. Der hat bestimmt schon jemand gelootet. Nein, nein, nein. Geh, geh. Da hat schon jemand gelootet. Nein. Oh. Das war doch so dumm, ne? Hätten die nehmen sollen? Egal. Wir gehen nicht da drauf. Nein! Nein! Da hinten rechts. Voll gute Sache. Vor allem so im Vergleich zu gerade. Ja, allein. Ja, allein. Jetzt machen wir mal auf die Eins direkt. Ja. Eins. Okay, werde ich so einfach. Das war jetzt ja wiederum. Okay. Den töten wir jetzt. Wenn wir an die wüssten. Oh Gott, der hat doch voll guten Staff. Egal. Okay, jetzt. Nein! Deine Macht rennen, 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 rennen! Nein! Nein! Ah! Ah! Warte, ich setze ihn in den Kopf, okay? Nein! Geh dich um in drei. Mach er fünf! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir riskieren nicht. Ja, ja, ja. Warte, der hinter uns. Nein, 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 nein! Den können wir töten hinter uns. Der hat nichts. Warte, wir warten noch für uns. Ich muss wenigstens so einen Kill machen. Okay, wir haben gerade einen gemacht. Die haben wir so easy abgestockt. Die haben wir nicht mehr abgestockt. Nein, Mann! Hat der... Ach, das ist die Allian-Tracks. Locker, guck der gleich im R5-Modus und wir sind tot. Ach so, der so ist. Ich dachte, er hat keine... Nee, dachte ich auch erst. Weg, weg, weg! Auf. Ja. Erstmal, erstmal, erstmal. Bevor wir gleich wegrennen müssen. Auf da! Aber ich glaube, er ist gut, bestimmt. Ja, glaube ich auch. Ja, aber der ist gut. Oh nein. Verbrennen. Aua. Er hat ein Halbes! Alles klar. Go. Und shiften. Oh! Mann, sag, was machst du denn jetzt? Ich drück auch mal... Ah, wir haben das Schwert, ich bekomme auch ein. Ich drück da aus dem Flex schon mal E oder so. Und wie, das ist ein Massefall? Ja, ja, ja. Das war der Massefall. Locker geht der eine da jetzt hin. Zieh mal die Brustplatte schon mal an. Wieder dieselbe Taktik wie eben. Ah, Leute, wir haben... Ja, okay. Ist das nicht so gut wie ein Eisenschwert sogar? Ja. Mach E. Mach E. Eins. Egal, Alter. Du kannst auch scrollen, Mann. Ja. Wenn wir die scrollen, dann bitte heutzutage. Ich. Lass den einen Typen... Oh Gott, okay. Den kriegen wir, den kriegen wir. Wenn wir den nicht kriegen... Das ist Hody. Das ist Hody. Der Rody. Wenn wir den nicht kriegen... Nein, da... Nein! Dafür bist du verantwortlich und nicht. Warte, ich fall ins Wasser, renn du Arsch. Renn ins Wasser. Dann rennt er uns hinterher. Oh, hä? Wow, hinter uns war einer. Oh, warum läufst du ins Feuer so? Ja. Alles klar. Oh, was ist das für ein Kid, Sarah? Ach. Alter, warum ist die gerade auf 9? Ja, weil ich das so spiele. Ja, okay, dann schwöre ich auch noch. Hä, das Ding ist... Alter. Wie soll ich da hingehen? Hä? Scrollen. Sarah. Okay, wir tauschen, Sarah, wir tauschen jetzt. Das reicht mir, wir tauschen jetzt. Alles klar. Wo ist noch mal Dings? Das war ja mit Doppel B. Wo ist noch mal sprinten? Steuerung. Wieso ist das kein Toggle Sprint? Das war Label. Ja, er ist schlecht. Wir sind gut. Alter. Ja, er ist schlecht. Nein, wir sind einfach gut. Er ist Goldapfel. Los! Auf! Wollen wir den nicht auch mal essen, irgendwie? Nein, einfach rauf da. Wir werden sterben. Oh, ess ihn, ess ihn, ess ihn, Sarah, ess ihn doch. Ich bin ja nicht zum Essen zuständig. Ich bin ja nicht zum Essen zuständig. Hm. Das kann man auf jeden Fall machen. Guck schon wieder. Ja. 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 Nein. Was? Wir haben gerade gewonnen, ne? Ja, mich wundert das voll. Ja, easy. Schlocki, schlocki. Oh, an was erinnert sich das Yin und Yang da? Guck. Easy. Oh mein Gott. Alles klar. Oh, leicht du dauern, Mann. Ja, was? Soll ich das denn machen? Soll ich das denn machen? Das ist ja bestimmt auch. Mhm. Die denken bestimmt alle, oh, sie ist ja wirklich so schlecht. Aber nein. Los. Sag mal, dürfen wir nicht unsere Spiek einfach machen? Ah, nein, 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 nein. Unser Spiek. Nein. Alles klar. Hier ist ja auch eine Goldäpfel. Geil. In meiner Freizeit. Kannst du auch gerne springen. Danke. Ich drücke, er ist gedrückt. Springen wir nicht? Das ist ja dumm. Doch. Also. Ja, low ground. Den haben wir. Den haben wir. Nein, er will gappen. Jawoll. Geil. Easy. Okay, hier kann noch eine Runde. Paluten. Paluten. Palle. Palle. Paluten-Fan. Komm. Mach doch. Ist er dumm. Mann, Palle. Er weiß doch nicht, wie das geht. Oh. Er hat es geschafft. Ja, Mann. Paluten-Fan. Okay. Wenn wir jetzt nicht gewinnen. Er schreibt, Kassel und Sarah kennt man dich. Okay, lass ihn töten. Oh, Paluten-Junge. Ja, okay, er guckt halt nur solche Leute. Hast du schon gegessen? Nee. Oh, scheiße. Er guckt immer nur so Palutens. Irgendwann wäre das auch schlecht. Wollen wir gappen? Wollen wir gappen? Ja. Das gappen. Das gappen. Renn doch weg. Nein, 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 nein. Wir müssen rückwärts rennen. Das ist ein Gap. Warte. Mach er fünf. Sicher machen. Es. Nein! Nein! Er ist da! Mach er weg! Nein! Nein! Wir haben gegen Paluten-Fan. Wir haben einfach untaktisch gespielt. Wir haben gegen Paluten-Fan verloren. Weiß wie feinlich das ist? Auf einmal. Wir gewinnen das jetzt noch. Nein, bestimmt. Wir haben den Gold-App schon wieder nicht gegessen. Wollen wir ja ranzoom Challenge machen? Ja, was machst du? Hör auf! Vor allem der hat Expert-Rang. Jawoll! Warum? Mit immer diesen hässlichen Bogen. Oh, essen. Lass das Gold-App essen. Guck mal rückwärts. Geht nicht. Nein! Nein! Oh nein. Moin Sarah. Er schreibt auch noch so. W-w-w-Frage-Zeit. Wann kann er mal aufhören mit seiner Angel? Du bist doch kein Angel-Profi. Oha, er hat sich gedreht und hat trotzdem getroffen. Ja, aber wir stehen auch direkt vor ihm. Wir laufen einfach mit Zugeschlag. Er denkt so, Jay, rauf! Er hat gegessen, oder? Nein. So stehen auch nicht. Hä? Ja! Wollen hat er mich gewonnen. Alles klar. Auf jeden Fall, Leute. Was ist das mit dem Video? Wenn ich das Video gefallen habe, das ist eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, da rein. Und tschüss. Will ich überwürgen? Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.